Ah, ich weiß, was ich hier draus mache. Ich brauche nicht mehr all Gras zusammen. Ich mache hier mein Gemüsebeet. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du hast mich voll drauf. Hallo und herzlich willkommen, Folge 58, Skysolated mit mir und dem Limian Notoka und hier ist der Pilzabstrich. Wo ist meine Gießkanne? Ja, heute, wow, 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 wow. Ich werde angegriffen, ich werde attackiert, attackieren, attackieren. Oh, nee, nee, warum denn? Ja, heute haben wir einen kleinen Gast hier und zwar ist das der Hasebär. Nee, er macht's wirklich. Lächer, Sau. Nee, Spaß, das ist nur dem Kinzi, das ist ein Spitzender. Ja, ja, der Hasebär. Der kleine, süße Hasebär. Das gibt noch eine Retourkutche. Ich höre Regen, ich höre Regen, ich höre Regen. Voll verpackt. Aber wenn ich zum Tor gehe, ist er weg. Ja, du, ist ja klar, der Rainmuffler hat keine unendliche Reichweite. Ah! 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 Und was machen wir jetzt? Ja, äh... Keine Ahnung. Ich werd was anderes machen. Einfach den Regen über dich ergehen lassen. Entweder das, oder ich arbeite woanders weiter. Es ruckelt grad voll bei mir. Alter Schwede. Ich glaub die Insel wird schon... Ich glaube die Insel wird schon zu groß. Ich mein, im Video wird's nicht ruckeln. Es wird schön aufgezeichnet wahrscheinlich, aber hier... Okay. Ähm, naja. Ich hab noch Erde. Ich hab noch Erde. Ich glaub das hat... Ich hab jetzt mal... Ich habe jetzt mal einen, einen Zeppling der, äh, Marke, äh... Slime in den, ähm... Wie heißt der? Harvest da reingemacht. Ja. Und ja, mal abwarten ob das da jetzt funzt. Weil wir hatten... Warum trägst du nur einen Stein rum? Spacko. Hä, jetzt war weg. Hm. Dann hast du das also schon erledigt. Das find ich ja toll. Ja. Ja, du hast ja gesagt... Äh, mach du das. Ich weiß nicht wie das geht. Äh, ne, 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 ne. Ja, so leicht kann man dich manipulieren. Ich hab noch keinen Bock drauf gehabt. Ja. Seier, seier, seier. Ich brauch Holz. Da ist ganz viel Holz. Sehr schön. Äh, ich mach nochmal das nächste Ei fertig. Oh, so geil. Äh, ich bastel hier mal ein bisschen um. Weg damit. Theoretisch dürfte hier noch... Rutsch. ...der Sound nochmal sein. Aber ich hab den sowieso viel zu laut. Ach ja, ich hatte ja auch mein Minecraft wieder komisch. Geht das so? Machen wir den Sound auf. Äh, das ist ja kacke. Das ist okay. Das ist ja doof mit dem Rainmuffler. Ja, jo. Aber wir können ja auch gleich, wenn es dunkel wird, ins Bett gehen und dann hört ja normalerweise Regen auch auf. Ja, stimmt. Joink, joink. Ich räum mal mein Inventar auf. Ja, wird höchste Eisenbahn. Ich hab mir ja noch eine zweite Müllkiste gemacht. Hahaha. Ach ja, ich hab woanders gesehen. Man kann sich so ein, äh, goldenes Paket machen. Da kann man... Ein goldenes Paket. Ist wie ein Rucksack. Ja, ja. Ist wie ein Rucksack. Allerdings kann man da irgendwie noch Reincarnation drauf verzaubern. Und das heißt, man behält den beim Runterfallen. Oder beim Stirn. Goldenes Paket. Heißt das so, oder was? Back of irgendwie was. Schieß mich tot. Back of Holding? Ja, ich glaube, das könnte sein. Ich glaub, das hab ich schon mal irgendwo gehört. Golden Back of Holding. Ja. Och, ich Idiot. Ich hab noch den Cheat-Mode an, weil ich Schneckball ja das Leben zurückgeben musste. Oh. Pass mal auf. Dass sie aufgrund eines Server-Lags... Wiii! Da fliegt er. Aufgrund eines Server-Lags hatte. Dann werde ich das mal ganz prompt hier umstellen. Wie geht denn jetzt? Jetzt kriegen wir bestimmt den nächsten Strike. Cheat-Mode. Receipt-Mode. So. Ja, ich hab's ja für alle ersichtlich da runter geschlossen. Okay. Von der Insel. Ins Void. Sehr gut. Wenn ich's da noch... Wenn ich's da noch bekomme, dann bin ich gut. Das ist gar nicht so schwer. Hm. Ich muss leider mal den Sound ausmachen. Okay. Wir brauchen dafür nur drei Goldbarren, einen Goldblock, eine Küste und vier Wolle. Ja. Ich weiß es. Dann machen wir uns doch mal zwei, ne? Machst du mir auch einen? Machst du aber lieb. Oh, Baby. Ich mach's dir. Oh, ja. Oh, ja. Wolle haben wir wahrscheinlich nicht. Ich graue so lange mein Ei mit Erde. Was? Wir haben sogar noch fünf Wolle. Das ist eine alte Sau. Haben wir nicht noch irgendwo Wolle? Wolle, Wolle, Wolle? Ne, da muss ich runtergehen. Lalalala, ich kann hier runterlaufen. Lalalala. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Ja. Manchmal geht's mit mir durch. Allerdings. Oh, ich muss ja noch Pilze setzen, sonst sieht das nicht schön aus. Verdammt. Für Wolle braucht man nur vier, oder? Lada. Ja. Lada di. Lada da. Lada du. Schubidu. So. Kisten. Zwei Kisten brauche ich noch. Jetzt hab ich gerade das Holz oben gelassen. Warten wir's einfach mal ab. Und irgendwann haben wir einen kleinen Märchenwaldabstrich. Äh, ja. Kein Pilzabstrich. Ist klar. Ich möchte mir angewöhnen, andere Wörter für die Sachen hier zu benutzen. Ja, Abstrich ist ja auch so ein schönes Wort. Das benutzt man sowieso viel zu selten. Äh. Naht. Ha ha ha. Gold. Haben wir überhaupt viel Gold? Guck mal gucken. Ich sag jetzt nicht mehr Pimmelstraße, ich mach einfach die Skrotumstraße draus. Hä? Kann man das sagen? Aber das ist doch was ganz anderes. Elektrum. Gold. 20 Ingos. Sag ich. Habe ich Penisstraße schon gesagt? Ja. Echt? Was kann man denn noch sagen? Wenn du mir mal den Unterschied zwischen Pimmel und Penis erklärst, dann wäre ich zufrieden. Es gibt ja keinen, das ist ja noch ein anderes Wort. Achso, und Skrotum ist ja auch das gleiche, ne? Ja. Eigentlich schon, ne? Hast du schon gesehen? Ich hab den Baum weggenommen. Was für ein Baum? Der ist schon lange weg. Der ist ja schon lange weg. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, der ist doch bestimmt schon 1000 Folgen weg. Ja. Ich glaub auch 1000 Folgen waren es glaube ich genau. Ja. Das ist ein Jubiläum. 1000 Folgen, kein Baum mehr. 10 Folgen. Lalalala. Ähm, nein. Ich hab keinen Bock die Kiste aufzuräumen. Oha. Oha. Wir sind nicht mehr alleine. Nein. Hör mir auf. Hör mir auf. Ich hab keine Erde mehr. Kaum kommt ihr, regnet. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Mal gucken, macht der Slime? Ne, macht keinen Slime. Ja, wie, was? Also, so wie ich das hier sehen kann, weigert er sich Slime zu machen. Slime. Äh, wo ist er, wo ist er? Ja, wie weigert er sich? Der weigert sich. Funktioniert nicht. Der weigert sich einfach. Ja, aber es muss doch erstmal der andere weg sein. Au! Du wachst doch einfach in mir. Lauf doch nicht weg. Ich will dir was geben und du wachst weg. Golden back of holding? Golden back of holding? So, und wie kriegen wir jetzt Reincarnation darauf? Irgendwie mit verzaubertem Holz, was wir durch eine Quest bekommen. Der hat doch schon. Golden back of holding. Achso, ne, der hat das noch nicht. Wisst man gern, wie man den überhaupt anziehen. Ah, wozu kein Inventar aufräumen. Ah! Geil. Hast du den schon angezogen? Ja, den brauchst du ja nur in der Leiste haben. Ah! Achso, einer ist das. Okay. Ehm. Rechtsklick kann ich dann rein... Aha! Sehr schön. Achso, shareleaves mal wieder ausmachen. Damit er mal wieder... Ja, aber wächst da wirklich keiner von diesen... Saplings? Von den... Ist das neue Minecraft Musik? Muss dem auch mal. Ja, bei mir auf jeden Fall. Ach krass. Der packt die Saplings sogar in den golden back of holding, wenn du die einsammelst. Oder hab ich die grad selber da reingepackt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht genau. Ähm, Minecraft Musik. Oh, heute lass ich mal die Minecraft Musik an. Hm. Ich mag sie. Okay. Die reagieren gar nicht auf uns. Ohhhh. Das ist aber frech. Aber ich mach sie mal ein bisschen leiser. Oh. Es sind schon drei, ne vier Ender Lily Seeds auf 14%. Wow. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Hab ich noch eine Angel? Dum dum. Ähm. Hat doch im Grunde auch eine Angel. Ich muss die Brücke leiser machen. Angel, Angel, Angel. Ich muss die Brücke leiser machen. Die Minecraft schwandert Musik so laut, ey. Hast du meine Angel geklaut? Ist möglich. Du frechdachs. Ähm. Ich wollte Erde holen. Meine Güte. Ich komm durcheinander. Oder hab ich die da reingemacht? Aha, da sind sie, okay. Nimm alles zurück. Beziehungsweise, nö, du warst halt. Ohhhh. Immer bin ich schuld. Ja, wird geil. Ohhhh. Kann ich die Goldenback of Holding komplett in meinen Dreck gestern, ey? Wahrscheinlich, ja. Mal gucken, ob die Items da nicht in meinen... Na, ist ja, ist ja cool. Ist ja cool. Los, fischi, fischi. Hui. Jetzt habe ich aber nichts zu essen dabei. Das ist ja doof. Ist hier was drin? Nö, natürlich nicht. Damm-damm... Kintzi, erzähl mal ein Schwimmer aus deiner Jugend. Damm-damm-damm-damm-damm-damm-damm... Du willst doch nichts Versautes hören, dachte ich. Gute Antwort. ich glaube wir können ins bett gehen oder ja die anderen jetzt zwei was wir dann ausmachen wir brauchen einen neuen rain muffler aber hast du mal in der strongbox gekocht da ist bestimmt neun oder sein sound mal jeder von uns hatte doch am anfang rain muffler stimmt bist du gerade bei strongbox ich bin gerade am fischen macht ja sonst keiner soll ich das linke ei komplett zum pilzwald machen keine ahnung so viel pilze brauchen wenn du lust darauf hast ja ich weiß was ich hier draus mache ich brauche nicht mal grassen und ich mache hier mein gemüsebeidt you know what i mean you know what i mean now we're need we will need the gemüse because of the Die Quests! Sie werden kommen! Sie werden kommen, ja. Du bist BAUST! Werden sie kommen? Ja, genau. Er hat es noch gleich gesagt, war das Alice Cooper? Keine Ahnung. Wir sind unwürdig, wir sind unwürdig! Das war wieder was anderes. Nee, das war der gleiche Film. Oder war das der erste Teil? Keine Ahnung. Na los. Oder haben sie das Zitat vielleicht öfter verwendet? Warum lehnt man das? Ja klar. Ah, Mann, das nervt. Der sammelt die Saplings nicht ein. Wer sammelt die Saplings nicht ein? Der Haarplanter. Der Haarplanter. Was mache ich denn jetzt noch? Sowas brauchen wir ja zum Glück noch nicht. Nee, stimmt. Ist das eigentlich neu, dass wir Schweine haben? Ich seh grad, dass wir Schweine haben. Die haben wir doch schon lange. Echt? Kein neues Muselium und sauviel Dirt unten in der Sludge-Kiste. Die haben aber eigentlich alle Tiere, die es gibt, ne? Ach, wir haben sogar Tainted-Seil. Wir haben Kühe. Wir haben Pferde. Ja. Sag mal, wo ist eigentlich schon das Squid vom letzten Mal hin? Ich weiß nicht. Vielleicht macht er Urlaub. Hm. Mit dir in der Nachbarstadt würde ich auch ab und zu mal Urlaub machen. Au! Mann, ich bin am Angeln! Ach so, entschuldige. Ich mach mal den Sound wieder an. Erregen, die ist ja endlich weg. Nee. So, die Netawarzen sind fertig. Hast mir die Fische vertrieben. Das ist dein Geruch. Flutsch. Mein Freund. Wenn, dann war es deiner, weil du hast sie gerade verschreckt. Echt? Hm. Ja. So, Netawarzen in die Magie-Kiste. Dabei kann ich mir gleich mal ein Golden Bag of Howing wiederholen. Warum hast du mir nicht schon früher gesagt, dass es sowas gibt? Ähm. Ja, wusste ich selber nicht. Die sind echt voll einfach herzustellen. Dieben Fische. Sehr gut. Was mach ich denn jetzt mal? Ich brauch einen Eimer. Ich hab einen Eimer. Ich brauch Wasser. Und ich brauch, ähm. Ach, setz ich einfach Erde rein. Ah, okay. Der ist meine zweite Antwort gewesen. Nein, nein. Ich habe schon einen. Ach, vielleicht wächst der dann ins Unermessliche. Nee, das ist gar nicht mehr möglich. Hm. Interessant. 35 Netawarzen. Ja, so gut. Dummerweise brauchen wir momentan keine. Ja, aber wir können die schon noch gebrauchen. So. Ähm. Golden Bag of Howing. Momentan aber nicht. Momentan nicht. Ähm. Questbook. Ich könnte hier mal ein bisschen Erde machen. Du 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 du. Ist da auch mein Apfelsaft? Meine Karotten sind da drin. Warum hab ich keinen? Nee. Ich mach mir jetzt keinen Squeezer. Ich nehme einfach vom Nutoker. Peter. Was denn? Will ich jetzt überhört haben. Zweite Dreckkiste macht da. Kommst du da überhaupt ran? Hä, wieso kann man die aufmachen? Die ist doch direkt unter der anderen. Ja, aber Kisten untereinander, das geht ja. Ah. Es darf nur kein, äh, ja kein, nix festes halt gerade so sein. Ach so. So. Vergessen wir jetzt einmal das Schwert. Hallo. Was gehen? Äh. Partbilder. Nee. Toolstation. Dann nehme ich doch gleich auch das Obst mit. Ach, was mach ich denn da irgendwie? So, so, so. Da sind die Samen. So, ich kann... Boah, alter Sau. Was kann ich denn gebrauchen? Bellpepper, Brussels Sprout, was auch immer das ist. Tomato Seeds. Ich wollte ja noch was kraften. Ich wollte ja noch was kraften. Barley Seed. Was ist ein Barley? Barley Seed. Ist das ein Baum? Oh, wir haben Schimmerleaf. Oh, wo mach ich es hin? Wo mach ich es hin? Das ist... Ach, ist das vielleicht aus der Erweiterung für Towncrafter? Kenne ich mich ja auch nicht mit aus. So ein Shit aber auch. Hm, Amateur. Sugarcane. Ich mach endlich mal eine ordentliche Sugarcane Farm. Hier hin vielleicht. Nehm ich mir noch ein Stack Bone Meal? Ne, nehm ich mir nicht mit. Ich hab dafür auch die Gießkanne. Ähm, Kinsey? Komm mal hinter das Haus. Wir haben ein neues Tier. Ja. Willst du mich hinters Haus locken? Oh ja. Möchtest du ein Bild mit dir und dem Walross machen? Nein, wo hast du denn Walross her? Wie hast du das denn gemacht? Das sieht ja überhaupt nicht blockig aus. Süß, ne? Wie geht das denn? Extra Cells. Okay. Wirst du Wali nennen? Wie wär's mit, äh, Rudi? Rudi find ich auch gut. Rudi Völler? Ja, Rudi Völler nennen es Rudi Völler. Das ist ne gute Idee. Oh mein. Ich brauch mal ein bisschen Wasser. Ich versuch mal Kot. Sitz ich. Kot? Boja Kot. Guck mal ob das geht. Fischfieder? Äh. Tschüss Erde. Hallo Cobblestone. Hauwa, auwa, jetzt Indicator. Too hot. Okay. Es ist eben zu warm. Dann schauen wir doch mal. Unserem Kot ist es zu warm. Igitt. Was tun wir da? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Marry Karcher. Äh. Also hier. Kastos. Warte mal. sieben jahr klar sechs plus ein und eines wasser ist aber noch was unter das lasse ich nicht den komponent cooling komponente ist es doch okay das ist nicht viel ein iron und ein eisen und drei holz das kriegt doch hin lalalalalala so und jetzt müssen 6 1 2 3 1 2 3 natürlich kein eisen hier was machst du was machst du erzähl doch eine bewässerung fürs feld woher laufe ich denn hin machst ein springt lanlage das noch nicht die ist ja ziemlich teuer die sprengt anlage relativ und da muss man auch noch man müsste eigentlich auch noch ein system bauen damit der wasser kriegt also in akte versorgung leiter an den tank da unten anschließend oder viel neuer und die dinger kosten ja das habe ich jetzt aber keine lust zu wir haben die gießkern konnte sie sind auch nicht so gut wie die gießkern die spreng klar aber es geht das mag es eigentlich man muss nicht die ganze zeit drüber gehen ja aber es ist jetzt ach sie reagieren doch was ach ja ich schreibe auch mal halte ich dachte schon ihr reagiert nicht hallöchen glaubt sie haben wirklich nie am anfang gelesen dass wir was geschrieben haben beziehungsweise ich war durch gemerkt dass auch manchmal nicht als holz holz 1 2 3 ich hätte noch einmal gehabt kann ich über das war raus kann ich nicht durchlaufen ich kann auf dem wahlhaus reiten kommen hinten raus aus dem haus ich reite auf dem wahlhaus nein machte na gut ich komme aber da ich war ich reite ich reite das war raus ja ich kann also ich kann da sogar reingehen so ein bisschen ich kann auf ihm auf den schwanz treten genau das gleiche was ich mit unserer map mache ich trete ja auf den schwanz hallo was geht's noch mache ich jetzt schon wieder ich bin auf dem weg zum mai warum funktioniert das nicht wie ich das möchte 1 2 3 1 2 3 und dann da hin 1 2 3 popel reiten ist keine hexerei genau diese sind die erde jetzt hier oben ist ja praktisch das ist das verdammt braucht vier grad wärmer vier grad kälter so viel das heißt ja das das braucht so passt es nicht mehr egal ich hab noch ich brauche noch viel mehr wasser mache ich mir hier mal das funktioniert so noch nicht warum machst du denn die erde weg das ist nicht nett ist das auch schon eine unendliche quelle nein ich habe eine unendliche quelle in meiner hose ja ich muss das mal ein bisschen soul sand in die siebe geben oder ähm ah leck oh mu mu monster ah fuck you oh wir sind übrigens schon mal ein zwanzig und halb minuten scheibenhonig ii magst du nicht honigscheiben mhm geht so unendliche quelle fertig wasser wasser eins zwei drei eins zwei drei mhm egal mach mal noch ein bisschen äh soul sand produktion hier noch mehr ja soul sand kann man immer gebrauchen oha ender lily zwei stück schon bei 29 prozent nice yes weil wir können auch endermänner umhauen ja aber problem ist es wird ja nie nacht ja jetzt wo wir mit den anderen zusammen spielen ja stecken wo die beide zwei also wo die zwei wetten haben das ist halt ja naja kann sie mir nicht verdenken schon auch kein bock auf monster wir müssen in 30 sekunden fertig sein ja dann mach ich die abmod du kannst okay okay äh ich verabscheue äh schiele mich gerade mal so ein bisschen von euch ich bin gerade ein bisschen konzentriert gewesen so mit blick auf die schöne nächste insel hier und den pilzabstrich ach ne ich wollte ja nicht pilzabstrich sagen egal märchenwald ähm verabschiede ich mich von euch ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da oder ein abo bei mir oder dem drucker ist mir egal lieber bei mir ähm und dann sehen wir uns das nächste mal wieder wenn es heißt sky isolated folge 59 reingehauen bis dann jo tschau macht's gut und bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.